So meine Leute, herzlich willkommen zum ersten Spieltag der Deutschen Eishockey Liga 2, also der DEL 2. Alle Spiele live auf Sprade TV oder so. Los geht's, Predictions. Heute um 19.30 Uhr, EF Landshut unterliegt EHC Freiburg 1 zu 3. Dann ESV Kaufbeuren unterliegt EC Kasselaskis mit 2 zu 6. Dresdner Eislöwen gewinnt gegen Ravensburg Tower Stars 3 zu 1. Dann Selberwölfe unterliegen Eispiraten aus Krimichau mit 2 zu 3 nach Overtheim. Dann EC Bad Nauheim unterliegt Krefeld Pinguiner 3 zu 5. Dann Lausitzer Füchse unterliegen Heilbronner Falten mit 1 zu 2 nach Overtheim. Und ebenfalls nach Overtheim morgen um 20 Uhr Eisbären Regensburg unterliegen Bayreuth Tigers 3 zu 4 nach Overtheim. So das war's vom ersten Spieltag der DEL 2 Deutschen Eishockey Liga 2. Weiterliga-Predictions 1. Spieltag. So wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Vergesst kein Abo, dann nimmst das Blöckchen. Das nicht vergessen, sagt die Wien. Dann verpasst ihr keine Benachrichtigungen auf dem Channel. Und bis dann, gut, Hockey, ciao.